einen wunderschönen guten tag wieder zu kommen in der neuen folge von outcast in the beginning ich würde mal sagen hier reisen nach dessen und schauen jetzt ob wir diese eine quest endlich abschließen können da los sind die der drohnen was ist hier los viele rote punkte egal ja perfekt wir sind da lager schon wieder da vorne die haben immer noch nichts unten oder sie aus den lagern in dessen gibt es noch mehr lager oder was übersehe ich eins der lager oder was kann ja nicht sein also so langsam nervt langsam nervt es mich wirklich also muss ich mit einem von euch reden ich kann es ach i don't know nom nom das kannst du mir sind sie nicht heptar ne die alma kizar ist vom rest kaoka das sind er hat nichts zu sagen ok ja also hole sie aus den lagern in dessen ja was zum fick bin ich denn am machen ja gott nochmal genau hier aber es ist verbuggt es ist unglaublich gehen wir mal zum rennen organisator vielleicht können wir ja hier was machen machen wir das rennen sie haben feste flugbahnen die wir umgehen doch selbst ohne druck ich habe den schamas zurückgebracht der die reite gesunde nom nom heilmittel so hast du sanat gefragt ich habe euren schamas zurückgeholt großartig aber jetzt habe ich meine wette mit bom verlor dieses vertraut ja ok wir haben was anderes freigeschaltet hier beim nom nom rennen ne doch nicht wohl eine güter sammeln ja ich mag sanat nach einem nom nom heilmittel fragen ok äh wo ist er denn da unten ich spüre meinen arm nicht mehr sanat bitte hilf mir hey nicht vordrängeln ich seh dich ich war zuerst da oh jutz an die arbeit fehlt ein c ich kann kein fußstein mehr spielen mein auge es schlägt dieser stein kam aus dem nichts hab ich jetzt ein loch im kopf nächster gut gemacht sanat ok drehen wir mit ihm ich bin sanat heil mich erstmal da und ein heilmittel ich versuche die verletzten nom noms zu heilen hast du einen ratschlag ich kann talane und mich heilen doch bei tieren ist mein phantasma nutzlos tut mir leid es gibt vielleicht jemanden der helfen kann aber aber was er ist wohl der schlechteste schamas auf ganz Art Helfer sein name ist Salem er lebt in Zabah er hat eine besondere leidenschaft für Tiere ok dann müssen wir nach Zabah let's go bin ready na dann ab zum Schamas äh da oben ist er oder Taleb so hey Bruder Jona hier ist jetzt in Sicherheit hab ich gehört gut gemacht Fremder ich stehe zu meinem Wort hiermit ernenne ich dich zum Ehrenanwärter des Ventilopenclubs Anwärter? Thema Nummer 1 da der Ventilopenclub immer mehr Mitglieder anzieht ist eine Hierarchie vonnöten eine Hierarchie für drei Mitglieder? es ist ein Anfang verdammt ich bin natürlich Präsident Jona ihr hat sich als Sekretär angeboten und du bist Anwärter bis du dir deinen Platz verdienst ganz wie du meinst Alter sagen wir ich will ein Haufen Nom Noms heilen was bräuchte ich dafür? es gibt keine Nom Noms in Zabah schickt Sanat dich? spielt keine Rolle wer mich schickt in Desan sind Nom Noms erkrankt hast du ein Heilmittel? sobald er etwas von mir braucht hört Sanat also auf mich zu verspotten? lass mich das klar ausdrücken ich tue das für die Nom Noms okay? nicht für irgendeinen scheinheiligen Schamas der angekochen kommt obwohl er meine Arbeit seit 2000 Monaten untergräbt Salat bitte mit euren Streitigkeiten habe ich nichts zu tun ich will nur den Nom Noms helfen na schön ich schreibe es dir auf bitte gib das jemandem der tatsächlich Ahnung hat und nicht Sanat außer den Schwarzeigen sollten alle Zutaten in Desan zur Verfügung stehen sammle sie hier und nimm sie mit okay und schon danke ich sei nicht weit weg okay und ein Boost wunderbar so wir sind da sammle Schwarzalben guck mal da sehe ich was Analyse Sanektars sind unter Wasser in ihrem Element kehren sie zur Oberfläche zurück um die Gefahr zu verringern Eis auf die Sanektars kriegen die Schwarzalben zum Lager hä? hä? ich bin jetzt schon nach der Sand gegangen oder? ne das ist alles aber nicht alles aber nicht Dessan ich bin da ganz unten oh oh jetzt Dessan so wollen wir es okay äh muss ich ah ich muss nach oben okay gut jetzt muss ich zurück zum Schamas gehen hä dann hat mal hier wie fühlt es sich an wieder zu Hause zu sein es ist es ist mein Dorf für gewöhnlich fühlt man sich gut zu Hause oder? sag du es mir du wirkst nicht gerade begeistert naja während meiner Abwesenheit haben sich viele Talaner verletzt Makans Rennen Arbeitsunfälle Drohnenangriffe und dieses J verdammte Fußstein ich habe mehr als genug zu tun im Gefängnis hatte ich wenigstens meine Ruhe und richtiges Essen mhm richtiges Essen ich habe hier diese speziellen Algen aus Sapa Zaleb meinte die lassen sich als Flicken gegen Tierhunden oder Krankheiten nutzen der Flicken muss für einige Monde drauf bleiben aber wie willst du das anstellen? Nomnoms landen nie auf dem Boden selbst wenn du sie in der Luft erreichst würde so ein Flicken keine zwei Monde halten ich fürchte das wird nicht funktionieren Zaleb und seine ausgefallenen Ideen tut mir leid verdammt ich kann sie damit füttern aber ich weiß nicht einmal ob sie überhaupt Münder haben sprich mit Drau dem fällt bestimmt eine Lösung ein okay ich muss los mit Draut über Schwarzalgen reden wieder nach oben ähm meine Schuld was ist das? ah nee braue ich nicht ähm wo ist ich hin? mach mal ne Pause hier nein das reicht nicht oh okay noch weiter nach oben sehr gut Raut mein kleiner Kiffer Freund nicht gut mir fehlen immer noch Zutaten ist es das was du benötigst? ja das ist mit da gute Arbeit bringen wir bei Gelegenheit bitte mehr davon äh? kannst du mir mit diesen Heilalgen helfen? ich weiß nicht wie man sie bei den Nomnoms anwendet können sie die rauchen? ich glaube nicht dass die Nomnoms irgendetwas rauchen können oh stimmt Nomnoms verstehe ich kann aus den Algen ein Tropfenkonzentrat einfertigen doch du musst es ihnen farbreichen Nomnom haut gleich deiner porösen Membran es sollte also reichen es auf ihren Rücken zu gießen wie lange brauchst du dafür? ich kann es sofort herstellen warte hier effektiv aber lauf mal ein bisschen schneller hier oder hast du es schon gemacht? heile die Nomnoms wo sind denn die guten Dinger? ja ich muss sie jetzt nur noch finden also oh guck mal da ist einer äh? kann aber nicht interagieren äh? jetzt Farbe geändert okay cool dann gehen wir zu dem Kollegen da unten das ist kein guter Zeitpunkt für Höhenangst ja man der hier hat aber schon die richtige Farbe oder? okay muss er hier wohl nicht gerettet werden nochmal zu ihm hier der ist rot der sieht mir wie ein Patient aus jep äh irgendwo so eine ah da oben diese Jesus Christ Sprungblume was auch immer ich brauche ein bisschen den höheren Punkt komm okay so wo sind die restlichen Nomnoms da hinten ist einer aber die Frage ist ist das einer von den Patienten? ich glaube ja ne? jep der ist rot komm los brav hier kann ich direkt weiterspringen gut ähm ja da drüben ist auch einer da nur noch zu ihm hinkommen was ist das? wenn ich die Loben statue hätte okay so ist gut hier von 5 oh guck mal da unten ist auch einer ich heilen wir doch ebenfalls komm okay okay go die Kraft von Dessan freischalten haben wir erledigt das ist gut jetzt oh oh Ich war das nicht allein, aber du kannst auf mich zählen, Brumm. We can be heroes. Alle sieben Dörfer abgeschlossen. Jesus Christ, we're up all night to get some. Es ist Dorf Kizar abgeschlossen. 9 von 10 WFA Basen habe ich erledigt. Das mit den gestohlenen Gütern sammeln, das haben wir immer noch nicht hingekriegt, aber ich habe den Daromon. Soll ich es nochmal probieren? Wir probieren es nochmal. Einen Versuch mache ich noch. Komm. Ein Versuch liegt noch drin, oder? Das ist halt 0. Ah, shit. Rebellen, stehlen, blaues Helidium. Okay. Was ist jetzt los? Ah, scheiße, das Rennen. Aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Hallo. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn das alles vorbei ist. Slade, Ende. Ja. Ich habe doch nochmal eine Aufgabe, ne? Es geht z.0 ausschalten. Wo ist es? Ja. Ah, ich habe da kein Dauker in der Nähe freigeschaltet. Das ist belastend. Dann muss ich nach Bidar gehen. Aber was machen wir? Haben Sie hier das Kommando? Wer will das wissen? In diesem Sektor ist schon mehrfach etwas aus dem Lager verschwunden. Der General hat mich zur Kontrolle eingeteilt. Hm. Ich bin ein Alpha-Kommander, Ma'am. Mir entgeht nichts. So viel steht fest. Wie dem auch sei, es muss ja erledigt werden, Mr. Alpha... Alpha 79, Ma'am. Elite-Division. Tja, da wird jemand zum Toiletten-Dienst verdonnert. Ich mag sie. Die Talaner-Agenten haben es drauf. Weiter so, Brom. Okay. Ähm. Was dann? Positionieren wir uns mal. So, hier ist doch gut. Wir sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich sage, danke fürs Zuschauen. Hat einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.